Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kaccha. Hallo! Ich bin eventuell unschuldig. Mhm. Oh, hier ist schon ein Gold. Okay, ein Gold habe ich schon aufgesammelt. Ich bin auf jeden Fall im großen Raum, Kaccha, und behalte da mal alles im Blick. Warte mal, ich gehe mal hier hin. Bin im rosanen. Oh, sehr gut. Hier sind sehr viele. Oh, da wurde schon einer wegschlief. Die will wegschliefen, aber nicht bei mir. Oh, bei mir auch nicht. Okay, hier sehe ich gerade keine. Nein, 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 nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja, wer hier der Mörder sein könnte. Hier kommt mir ein Steve entgegen. Okay, der ist aber auch kein Mörder. Ist der Steve tot? Nein. Mhm. Da ist nichts passiert insgesamt, Kaccha. Mhm. Da wurde noch eine weggeschätzt. Da ist noch zehn Leute übrig. Bist du der Mörder eventuell? Ja, genau. Also, ich bin es auf jeden Fall nicht. Das kann ich dir schon mal sagen. Ich glaube, ich schnetze dich weg, wenn ich dich sehen soll. Nein. Bist du nicht tief? Nö. Kaccha! Aber du bist doch gar nicht im großen Raum, wie du es gesagt hattest. Nee, jetzt nicht mehr. Und der Steve liegt da auch keine Spur hier. Nein, ich habe gar nichts damit zu tun. Mhm. Wo bist du denn gerade, Kaccha? Das sage ich dir nicht. Ey, was war das denn? Guten Tag. War so klar. Sieben Leute sind jetzt nur noch übrig. Oh nein. Vor allen Dingen, ich weiß nicht ganz, wer hier Detektiv ist. Ist die Person ein Detektiv? Nein. Die ist auf jeden Fall schon mal nicht Detektiv. Noch sechs Leute sind übrig. Ich schaue mal, ob hier jemand ist. Aber ich glaube, hier ist keiner. Nein, 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 nein. Okay, sechs Leute noch. Und ich habe noch drei Minuten Zeit. Dann schaue ich erst mal. Oh, ist da oben einer entlang gefahren? Oh, da bin ich ganz sicher. Ich gehe mal hier vorne in den Rosenbereich schauen. Da kommen wir einige gerade entgegen. Oh, das war der Detektiv. Schau mal, sehr gut. Oh, ich habe da hinten auch noch einen erwischt. Der hat auch einen Bogen sogar. Was ist denn da los? Jetzt sind nur noch drei Leute übrig. Da vorne läuft einer in den großen Raum. Da hinten holt sich einer den Detektivbogen. Oh, den kriege ich aber so nicht. Nee, 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 nee. Okay, der steht jetzt da hinten. Der kommt näher. Ich kann noch mal werfen. Und wir haben uns in der Luft getroffen. Oh, nein, 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 nein. Ich muss ihn auf jeden Fall wegschnetzeln. Da ist noch ein Steve. Er dreht sich gleich wieder um. Und ho, wieder Luft getroffen. Das gibt es doch nicht. Oh, da kommen ja auch noch Leute entgegen. Der hat auch einen Bogen, der hat auch einen Bogen. Nein, 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 nein. Nein, die hatten beide einen Bogen. So fies. Ich bin Mörder Epic. Oh. Und jetzt sind richtig viele vor mir. Was ist denn da los? Eine habe ich auf jeden Fall schon. Ich habe es denn jetzt zehn Gold vor. Die hier zu finden. Gotcha. Oh, war ja das doch einer. Ich glaube, das wird nichts. Oh, werfen, werfen, werfen. Nein. Oh, wie. Der ist ja ausgewichen. Das war ja einen Millimeter knapp. Ich hoffe, dass du wirklich keinen Bogen hast und nicht detektiv bist. Oh, hier kommen wieder Leute entgegen. Was ist denn da los? Hallo. Weggeschätzt sind. Sehr gut. Okay, ich glaube, es sind welche hier mit der Röhre gefahren. Moment mal. Ich gehe mal hier entlang. Tatsächlich. Hier sind schon mal einige. Die habe ich. Acht Leute sind noch übrig. Hier vorne habe ich doch auch noch welche gesehen. Den habe ich auch. Sehr gut. Ist hier doch irgendwo jemand da? Dahinten ist noch eine Person. Ah, ich gehe mal hier entlang. Ich habe dich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, Katja. Nee, ich habe dich auch nicht gesehen. Nein. Ich gehe mal hier weiter. Okay. Hat sich hier vielleicht... Oh, irgendjemand versteckt. Hier ist auf jeden Fall jemand. Hier ist aber keiner versteckt. Nee, 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 nee. Und ich glaube, hier oben auch nicht. Nein, hier oben auch nicht. Okay. Noch sechs Leute. Kommt mir jemand entgegen. Aber hier kommt mir auf jeden Fall schon mal keiner entgegen. Ich gehe mal hier vorne weiter. Ah, Lüchen. Ich glaube, da ist keiner. Da ist jemand. Sehr gut. Okay. Eine Person habe ich auch weggeschätzelt. Zweite Person. Nein. Oh, hier kann ich auch nicht durchwerfen. Das ist sowieso ein Fies. Oh, der hat perfekt hier zugebaut. Aber da ist er. Guten Tag. Und er fährt weg. Aber ich fahre auch weg. Ich stelle ihm hinterher. Hinterher, hinterher. Er hat mich wieder eingesperrt. Oh, da ist auch eine Person. Habe ich? Das war sogar negativ. Sehr gut. Okay. Der geht bestimmt gleich hier geradeaus durch, um sich den Bogen zu holen. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Das war eine Person. Sehr gut. Die habe ich auch. Okay. Ich habe dich kein einziges Mal gesehen. Ich habe dich gerade gesehen. Du bist gerade aus dem rosa Raum raus. Den habe ich weggeschätzelt. Du bist da vorne entlang gelaufen, Kata. Noch zwei Leute. Ich sehe dich da hinten. Guten Tag. Oh nein, du bist ein Bogen. Auf, wer damit? Oh, ich habe dich. Oh nein. Es ist noch eine einzelne Person übrig. Das verlegt mich sehr knapp. Die Person. Ich habe geschossen aus Versehen. Oh nein. Ich wollte da hinten die Person wegschnetzeln. Okay. Sie hat aber auch geschossen. Und sie ist kein Detektiv. Ist sie hier entlang gegangen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht will sie zum Bogen. Ist sie hier? Ist sie hier? Doch, sie ist tatsächlich hier entlang gegangen. Das ist schon mal sehr gut. Und ich müsste sie haben. Sehr gut. Ich bin Detektivfreund wie immer, Kata. Ja, klar. Hey. Ich bin wirklich Detektiv. Wie immer, sagt er. Ja, 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 ja. Ich bin in der Mitte wie immer. Ja, das ist gut. Oh, hier sind einige. Wenn du bist, okay. Ich hoffe, du bist nicht Mörder, Kata. Schau mal, hier ist der Bogen. Die hat ein bisschen Angst. Ja, okay. Also der Mörder hat auf jeden Fall noch nichts gemacht hier insgesamt. Ich bewege mich mal die ganze Zeit und bleibe nicht auf einer Stelle stehen. Oh, guten Tag. Servus. Wie könnte denn jetzt hier nur der Mörder sein? Du wurdest da auch nicht weggeschnetzelt von der Person, von der Person auch nicht. Okay, ich gehe mal mit dir in die Mitte. Falls du weggeschnetzelt werden solltest, versuche ich schnellst. Ich bin dein Köder heute wieder mal. Den Mörder wegzuschnetzeln. Ja, ja, ja. Du bist mein Köder. Ich habe noch kein Gold. Ich brauche noch fünf Gold. Dann hätte ich schon einen Bogen. Oh, okay. Oh, da ist ja noch Gold. Wurde immer noch keine einzelne Person hier weggeschnetzelt. Ach Gott, schon. Sehr gut. Hier hat sich auch einer versteckt. Ich brauche gleich einen Bogen. Ist das der Mörder? Das ist auch nicht der Mörder. Ist das der Mörder? Bist du Angst? Habe ich Warte? Nee, der schnetzelt auch keinen hier weg. Oh, nein. Wer ist denn hier nur der Mörder? Vielleicht bist du auch der Mörder. Vielleicht bist du auch der Mörder. Da ist jemand. Aber haben die sich gegenseitig weggeschnetzelt? Ja, und runtergefallen, glaube ich. Wo bist du denn, Katja? Ich bin hier bei dem Boden. Okay. Ich habe jetzt einen Bogen. Oh, da hinten bist du. Ich sehe dich. Hallo. Okay. Wirst du da hinten weggeschnetzelt eventuell? Nö. Warte. Hinter dir läuft auf jeden Fall eine Person lang. Oh, die schnetzelt aber nicht weg. Ich wurde weggeschnetzelt in der Mitte. Oh. Ja. Ja, dann soll mal weg aus meinem Feld gehen hier. Katja, ohne Rennen. Oh, das wird nichts. Äpfel, dass dies ist. Mein Bogen wurde sogar aufgesammelt. Und wir haben gewonnen. Wurde weggeschnetzelt hier vorne. Detektivfreund bin ich. Yeah. Katja, komm mit. Lass du den Türen gehen. Okay. Ja, hier. Komm, 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 komm. Let's go. Ab zu den Türen. Okay, ich hoffe, du bekommst jetzt nicht gleich dein Mörderschwertchen. Okay, welche Tür nimmst du? Ich nehme die erste. Okay. Oh, du gehst jetzt die erste Tür rein. Oh, geht er auch in die Tür rein? Oh, ist er ein Mörder? Gold, 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 Gold. Und du bekommst. Hast du Gold bekommen? Drei Stück. Schau mal, hier liegen sogar noch zwei Goldkarte. Oh, weia. Ich bin Detektiv. Hier, nimm die schnell, nimm die schnell. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du fünf Gold. Komm, Detektiv, beschütz mich. Mach ich. Wer ist denn der Mörder? Weiß der, der nicht, oder? Nee, der nicht. Oh, ist die in der Mitte? Achtung. Nee, eventuell nicht. Wer, 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 beziehungsweise wo wurden denn die... Oh, der ist es, der ist es, der ist es. Der? Ducken. Danke fürs Ducken. Hab ich. Ja, gerne. Sehr gut. Ich bin Detektivfreund und gebe direkt schon mal meine Karte ab. Okay, was bekomme ich dadurch? Oh, ich muss noch warten. Okay, ich muss noch warten. Ich habe einen Drang bekommen. Oh. Tschüss. Ich bin unsichtbar. Okay, ich gebe nochmal ein Gold ab. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen mehr abgeben als nur ein Gold. Obwohl, ich probiere es mal mit nur einem Gold. Und Moment mal, wenn ich jetzt den Mörder zu nahe komme... Grün, der hat einen Grün. Der läuft einfach mit einem Schwert rum. Wo? Der hat einen Hut auf. Ist es ein Eisenschwert? Äh, wie ist es ein Frosch? Ja, es ist ein Eisenschwert. Oh, er schnetzt den auch schon. Oh, er ist in der Mitte. Hab ihn nicht, hab ihn nicht, hab ihn nicht. Bitte. Ja, der ist einfach hier in der Mitte. Er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir. Er hat sogar Partieke, ja, der läuft von mir. Hab ihn. Sehr gut. Ich bin unschuldig. Bist du das? Ja, das bin ich zu 100%. Bist du das? Ich bin auf jeden Fall... Äh, seit wann ist hier ein Wasserschaden? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Was ist denn das hier? Äh, Piki, ist Wasserschaden oben. Oben? Ja, komm mal hoch. Und diese Wölfe... Wow, wow, wie viele habe ich denn hier bekommen? Ich habe... Wow. Ja, wenn du Mörder bist, guck mal oben. Das ist richtig lustig. Da ist Wasserschaden und Wölfe. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, wie süß. Stimmt, eine Geile, wo du... Aber warum ist da ein Wasserschaden? Ich weiß nicht, ich kann nicht hier rausschwimmen. Wir haben einfach Wasser drin. Stimmt, das ist echt nicht. Falle auslösen. Ich habe kein Gold für die Falle. Oh, nö. Ah, er wurde weggeschnitzt durch die Falle. Wow, 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 sind da viele. Ja, wow, noch vier Leute. Aber was ist denn da los hier insgesamt? Kann ich hier hochschwimmen? Ja, ich kann hier hochschwimmen. Komisch, der. Ah, ich stecke. Was ist da los? Okay, in der Falle liegt der Bogen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und das sind auch die Hundis. Das ist ja süß. Oh, gut, aufgesammelt. Nö, das ist aber nicht so süß. Wow, der Luft getroffen. Nee, 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 nee. Ich gehe sicherlich nicht durch die Falle. Wieder Luft getroffen. Ah, die Falle kann ich auch nicht auslösen. Doch, die Falle kann ich auslösen. Ausgelöst. Sehr gut. Okay, er kann aber gleich wieder schießen. Ich springe um die Ecke. Wow. Habe ihn nicht und ehrt mich aber auch nicht. Dann geht es hier entlang. Oh, wo ist der denn jetzt abgeblieben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe auf jeden Fall mal nach unten nachschauen. Hier ist einer. Sehr gut. Aber auch nur einer. Ja, auch nur einer. Okay. Hier können sich natürlich noch mehrere Leute verstecken. Detektiv weiß natürlich, wer ich bin. Da muss ich natürlich sehr aufpassen. Schauen wir mal kurz hier entlang. Aber hier ist auch keiner. Nein, 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 nein. Da kann da unten natürlich noch einer versteckt sein. Und da vorne hinten. Guten Tag. Hier ist aber auch keiner. Nein, nein, nein. Nein, dann schaue ich natürlich noch hier vorne, ob hier noch einer ist. Aber hier ist, glaube ich, auch keiner. Okay, dann geht es ab nach oben. Aber ich brauche zwei Gold dafür. Wie ist das? Wo sind die letzten beiden? Siehst du schon was auf der Karte? Ich sehe auf der Karte. Oh, ich sehe beide auf der Karte. Sehr gut. Es sind beide draußen. Kommen die mir da entlang? Die stehen beide beim Haupteingang vorne. Okay, ich werfe mal. Treffe ich einen. No, keinen getroffen. Zieht er auf mich. Ja, der zieht auf mich. Schießt sogar und trifft mich nicht. Sehr gut. Jetzt versuche ich mal wegzuschätzeln. Und habe ihn. Sehr gut. Okay, der letzte sehe ich jetzt nicht mehr auf der Karte. Eventuell ist er aber auch noch unten gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue mal hier. Nein, hier sehe ich nicht auf der Karte. Noch zwei Minuten für eine einzige Person. Und der Bogen liegt vorne vor der Tür. Da ist er ab, der letzte. Ab ihn. Ah, sehr gut. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch. Und ein Abo da. Schreibt bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.